Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Schwarz zu Wort gemeldet. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Degen, das hätten wir auch im Dialog machen können, aber wenn Sie eine Kurzintervention erwarten, bekommen Sie die natürlich, damit es mal klar ist, hier zieht keiner einen Schwanz ein, sondern wir tragen Verantwortung. Ich zitiere nur, ich zitiere nur, ich zitiere nur. Das war ein Zitat des Kollegen Degen. Herr Schwarz, ich möchte generell darauf hinweisen und auch Herr Degen, ich werde es nicht rügen, aber Schwanz einziehen ist... Ich wünsche gerne, das richtig an beide Redner, eine etwas gepflegtere Aussprache hier. Das sage ich an alle Redner, die das jetzt benutzt haben, auch wenn sie es nur zitiert haben, ich werde es nicht rügen. Aber ich bitte darum, etwas gepflegtere Umgangsformen miteinander und Kommunikationsformen zu verwenden. Herr Schwarz, Sie haben das Wort. Es zieht sich nicht, das zu kommentieren. Ich will weitermachen. Wir tragen Verantwortung. Ich will Ihnen eins sagen, das, was hier in diesem Land geschieht, ist sowohl durchdacht als auch wirksam. Ich bin heilfroh. Ich habe gedacht, in diesem Gedanken sind wir sehr eins, dass sich die Inzidenzwerte so entwickeln, wie sie es tun. Wir sind diejenigen, die im intensiven Austausch mit der Wissenschaft sind. Ich habe eben darauf hingewiesen, auf ein Gespräch von gestern Mittag mit Frau Prof. Sisek, und sie sagt, die Kontaktreduzierung ist ein wirksames Tool. Auch das sei ein Zitat. Der Ansatz an der Stelle, hier gestuft vorzugehen, ist komplett richtig. Damit das auch noch einmal klar ist, dass die MPK vom 19.01. Ich will mich da nicht hinter verschanzen. Die haben gesagt, lasst das einmal mit dem Wechselmodell. Das haben sich im Übrigen ungeachtet der Farbkonstellation sich alle Landesregierungen, im Übrigen auch zwischendurch. Baden-Württemberg war ja auch am Überlegen, ob sie das zum 1. Februar machen. Entschuldigung, ich will es nur sehr deutlich sagen. Das, was wir mit unserem Vierstufenplan in der Umsetzung machen, ist nämlich so flexibel, wie wir es brauchen, von der Klasse 1 bis 6 in der Notwendigkeit und in der Verantwortung. Die nicht Betreuung, sondern Beschulung vor Ort, 20 % der Eltern nehmen dieses Angebot wahr, und der Rest der Schülerschaft wird dann im Distanzunterricht unterrichtet. Von 7 bis 12 machen wir das im Distanzunterricht, und auch das ist Verantwortung. Die Abschlussklassen, Abiturienten, Berufsschüler, die gehen in den Präsenzunterricht, und dort ist Raum. Wenn das nicht verantwortbar ist, dann verstehe ich Sie nicht. Meine Kolleginnen und Kollegen, Sie bleiben eine Antwort dann schon schuldig. Mich interessiert, wenn das, was Sie in fester Überzeugung in Ihrem Vortrag alles so richtig ist, warum gibt es kein einziges Beispiel in Deutschland, was das so umsetzt, wie Sie es fordern. Herr Schwarz, kommen Sie bitte zum Schluss. Verehrte Frau Präsidentin, diese Antwort sind Sie schuldig geblieben. Das wüsste ich gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Was soll der Juni sagen? Zur Erwiderung hat Herr Degen das Wort von der SPD-Fraktion. Präsidentin, zunächst bitte ich um Entschuldigung. Meine Allegorie bezog sich jetzt auf einen Hund, der den Schwanz einzieht. Das war dann nicht angemessen. Dafür entschuldige ich mich. Herr Kollege Schwarz, das ist ja lustig, dass Sie das jetzt noch einmal angeführt haben, gerade mit der Kontaktreduzierung. Ich habe mir noch einmal alle KPA-Protokolle und Plenarprotokolle angeschaut. Damit haben Sie argumentiert, dass Sie gesagt haben, dass die wissenschaftlichen Studien zeigen, dass an den Schulen keine Ansteckungen stattfinden können. Selbst dann, wenn ältere Schüler sogar betroffen sind, die Studien zeigen, dass die Ansteckungen nicht in der Schule erfolgt seien. Das war die ganze Zeit Ihr Argument, warum Sie gesagt haben, man muss an den Schulen kein Wechselmodell einführen. Sie haben übrigens auch immer angeführt, dass nur ein oder zwei Schulen in ganz Hessen geschlossen gewesen seien. Sie haben das alles heruntergeredet. Deswegen finde ich das jetzt interessant, dass Sie jetzt gerade das Thema Kontraktreduzierung anführen. Aber wenn ich jetzt noch einen Moment Zeit habe, will ich auch noch eines sagen. Ich kann ja noch einmal verstehen, wenn man am Ende sagt, ich akzeptiere all das, was diese Gipfel entschieden haben, aber man kann trotzdem sagen, wie man es beurteilt. Ich sage Ihnen, wie ich in so einen Gipfel reingehen würde. Aber das tun Sie ja nicht. Sie geben überhaupt keine eigene Position nach außen. Was ich aber erwarte ist, und das erwarte ich wirklich, dass, wenn Sie hier seit kurz vor den Weihnachtsferien sagen, das Infektionsgeschehen in den Schulen ist so hoch und so dramatisch, dass wir die Schulen faktisch schließen müssen, auch wenn Sie es anders nennen, dann seien Sie doch so ehrlich. Das gilt für Sie wie auch für den Herrn Kultusminister. Sagen Sie, wir haben uns geirrt. Sagen Sie, wir haben uns geirrt und wir haben das Infektionsgeschehen noch am 10., 11., 12. hier unterschätzt. Und hier zu sagen, das hat der Kultusminister damals gesagt, wir würden einen Popanz aufhören, Zitat. Die LINKE und die SPD würden hier einen Popanz aufhören, weil sie immer wieder den Wechselunterricht gefordert haben und gesagt haben, nehmt die Lage an den Schulen ernst. Wenn wir uns so hier benennen lassen müssen, dann erwarte ich, dass man heute auch sagt, da haben wir uns geirrt, dann nehmen wir das zurück, Herr Kultusminister. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN darf ich nun Herrn May nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Unsere Schulgemeinden wünschen sich, wie alle Menschen im Land, dass es möglichst bald wieder Normalität gibt. Dass es einen Alltag gibt, wie wir ihn vor Corona kannten. Es ist nur verständlich, dass es diesen Wunsch gibt. Genauso ist der Wunsch der Schulgemeinden verständlich, dass es so möglichst langfristig wie möglich geregelt wird, wie der Unterricht zu organisieren ist. Wer würde sich das nicht wünschen? Wer ist nicht sehnlich darin orientiert, dass wir wieder solche Normalität haben. Aber wir müssen feststellen, dass die Pandemie nun einmal dynamisch verläuft und dass die Pandemie von uns als Politik die Verantwortung hat, dass wir auf Gegebenheiten, die sich ändern, mit derselben Dynamik darauf reagieren. Das ist, glaube ich, verantwortungsvolle Politik. Das haben wir in diesem Hause auch immer so geregelt. Wir regeln den Schulbetrieb und schränken ihn dann ein, wenn es notwendig ist, weil es notwendig ist, um die Pandemie zu beherrschen, um eine Überforderung des Gesundheitssystems zu verhindern, also zum Wohle der gesamten Gesellschaft. Dort müssen wir einfach feststellen, dass sich die Gegebenheiten auch bei gleichem Regelwert außerhalb in kurzer Zeit sehr schnell ändern können. Das war gerade der Punkt des Lockdown-Light des Herbstes, wo wir über einen Zeitraum von gut sechs Wochen eine Seitwärtsbewegung in den Statistiken hatten, aber dann im Dezember sich massiv etwas verändert hat. Gerade das Wochenende nach der letzten Plenarwoche war es so, dass die Zahlen sehr stark gestiegen sind, nachdem sie wochenlang gleich geblieben sind. Warum das so war, ich kann das nicht beurteilen, aber wir hatten auf jeden Fall dort ein deutliches Alarmsignal. Wenn Sie sehen, dass die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin sagt, im Prinzip ist alles, was ab dem Alter zwölf ist, medizinisch als Erwachsener zu sehen, dann sehen Sie, dass wir an dieser Stelle handeln mussten, und so viel mehr war da eben auch nicht mehr im Köcher. Von daher war es, glaube ich, richtig, dass wir an dieser Stelle als Politik gehandelt haben und darauf reagiert haben. Dass ich jetzt so viel über die Vergangenheit sprechen musste, liegt auch daran, Herr Kollege Frommi, dass Sie selbst in Ihrem Redebeitrag viel über Äußerungen der Landesregierung geredet haben, aber wenig über Ihren eigenen Gesetzentwurf. Das liegt kurzerhand auch daran, dass da wenig Neues drinsteht. Die Vorredner sind schon darauf eingegangen. Sie haben dort eins zu eins den Stufenplan der Landesregierung kopiert und in Ihren Gesetzentwurf hineingemacht, der als Handreichung jetzt schon im letzten Spätsommer herausgekommen ist. Das ist sehr interessant, dass Sie das jetzt sozusagen als große Neuerung darlegen. Wenn Sie jetzt dazwischenrufen, da hält sich ja keiner ran, dann muss ich Sie wohl daran erinnern, dass sämtliche Stufen des Stufenplanes auch schon einmal eingeführt wurden. Das müssen Sie einmal daran denken. Von daher ist auch das, was der Kollege Degen eben gerade wieder aufgeführt hat, ziemlich an der Realität vorbeigesprochen. Wenn dort versucht wird, die Debatte in einen Pro- und Kontra-Wechselunterricht aufzuziehen, dann muss ich sagen, das geht an der Realität vorbei. 14 Schulträger hatten zu dem Zeitpunkt, wo wir das letzte Mal über das Thema gesprochen hatten, schon eine Art Wechselunterricht, teilweise nur zeitlich und dann wieder zurückgenommen, schon einmal Wechselunterricht eingeführt. Sie selbst hatten im letzten Plenum gesagt, dass Sie gar keinen landesweiten Wechselunterricht beantragen würden, dass das gar kein reines Theorie für Wechselunterricht gewesen sei. Von daher weiß ich gar nicht, was Sie uns hier unterstellen. Sie konstruieren hier Widersprüche, die es so gar nicht gegeben hat. Von daher sehe ich auch den Gesetzentwurf der FDP als Versuch, hier etwas darzustellen, was Sie gar nicht leisten und vielleicht auch gar nicht leisten können, weil das aufgrund der dynamischen Entwicklung des Pandemiegeschehens vielleicht gar nicht möglich ist. Wie gesagt, Sie haben in den ersten Paragraphen nur das niedergeschrieben, was der Kultusminister schon längst veröffentlicht hat. Dann kommen Sie zu Schwellenwerten, die Sie noch nicht einmal definieren können, wie hoch sie sind, geschweige denn, wie sie ermittelt werden sollen. Wenn wir uns hier an die Debatten im Haus zurückdenken, da wurde immer wieder gesagt, wir haben ein diffuses Infektionsgeschehen. Da sagen Sie, man könnte quasi mit der Lupe etwas auf die Schule genau messen. Zumal Sie auch gar nicht sagen können, wahrscheinlich kann das niemand für den Rest der Pandemie sagen, wie sich sozusagen Veränderungen des Virus auf das Infektionsgeschehen in Schulen letztendlich auswirken hat und weshalb es nach meinem Dafürhalten wichtiger ist, Vorsicht wahren zu lassen und nichts zu überstürzen. Denn an dieser Stelle geht es letztendlich darum, das Infektionsgeschehen einzugrenzen. Von daher glaube ich, eine Position der Vorsicht immer zu bevorzugen, anstatt jetzt einfach loszupreschen und etwas zu postulieren, wo Sie gar nicht wissen, was das bedeutet. Herr Kollege Promny, wie ernst Sie Ihren eigenen Gesetzentwurf nehmen, das hat man dann auch an der Pressemitteilung vom 26. Januar gesehen. Das ist sozusagen eine Woche bevor überhaupt der Gesetzentwurf hier das erste Mal gelesen wurde. Da sagen Sie, Schulen sollen am 1. Februar öffnen. Also, so ernst nehmen Sie Ihre ganze Schwellenwertgeschichte, von der Sie nicht wissen, was Sie eigentlich für Schwellenwerte haben wollen. Doch, das ist die Überschrift Ihrer Pressemitteilung. Brock Promny-Schulen sollen am 1. Februar öffnen. Das sagen Sie am 26. Januar. Da können Sie sich auch Ihre ganzen Reden von langfristiger Planbarkeit und von wegen, wie kurzfristig die Regierung handeln würde. Das können Sie sich alles sparen. Ihre Schwellenwerte, die Sie nicht benennen können, nehmen Sie selbst nicht ernst. Planungssicherheit nehmen Sie auch nicht ernst. Das ganze pandemische Geschehen nehmen Sie nicht ernst, sondern postulieren einfach einmal. 1. Februar wird geöffnet, Mutanten hin, Mutanten her. Das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit den Schulen. Vor allen Dingen zeigen Sie, dass Sie Ihren eigenen Gesetzentwurf nicht sonderlich ernst nehmen. Vielen Dank. Für DIE LINKE darf ich nun Frau Kuller nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zunächst einmal ist es interessant, wenn die Pandemie so dynamisch ist, wie gerade gesagt wurde. Ich finde es schon interessant, dass der Kultusminister schon Mitte Januar wusste, was am 15. Februar auf den Tag genau sein wird, weil er nämlich dann schon verkündet hat, dass der Wechselunterricht für die Klassen 1 bis 6 eintreten wird. Das ist schon sehr interessant, dass er bei dem dynamischen Pandemiegeschehen so in die Zukunft schauen kann. Aber Schulpolitik in Zeiten von Corona ist im Hessischen Landtag ein richtiger Dauerbrenner geworden. Wir haben uns schon sehr oft darüber ausgetauscht. Aber leider ist die Pandemie auch noch nicht vorbei. Im Gegenteil, es gibt jetzt Mutationen des Ursprungsvirus, die noch ansteckender sind, vor allem für Kinder und Jugendliche. Die wurden auch schon in Hessen nachgewiesen. Leider ist auch die Politik des Kultusministers immer wieder ein Grund genug, das Thema hier im Landtag aufzurufen. Heute diskutieren wir über einen Gesetzentwurf der Freien Demokraten, der schon etwas ganz Besonderes ist, weil die Freien Demokraten eigentlich nur gesetzlich festschreiben wollen, was der Kultusminister bzw. die Landesregierung eben selbst beschlossen, aber nicht komplett umgesetzt hat, nämlich den Stufenplan an Hessens Schulen. Eigentlich müssten die GRÜNEN und die CDU den Freien Demokraten ziemlich dankbar sein. Die machen nämlich ihre Arbeit, nämlich die Umsetzung der eigenen Beschlüsse zu kontrollieren. Eigentlich hätten sie sich einmal bedanken können. Wir erinnern uns an einer kleinen Rückschau. Letztes Jahr nach den Sommerferien haben wir als LINKE und auch die SPD einen Stufenplan für Hessens Schulen gefordert. Dieser sollte feste Kennziffern enthalten, ab welchen Inzidenzen vor Ort welche Maßnahmen an den Schulen greifen. Ich darf noch einmal daran erinnern, damals wehrte sich der Kultusminister noch mit Händen und Füßen gegen einen Stufenplan. Erst als die Kanzlerin sich dann dafür einsetzte, lenkte Herr Lorz ein und legte dann eben einen Stufenplan vor, allerdings ohne Inzidenzen. Stattdessen sollen die seit Jahren zusammengesparten und vollkommen überlasteten Gesundheitsämter vor Ort entscheiden, wann welche Stufe zum Tragen kommen soll. Das hat Herr Schwarz gerade noch einmal schön ausgeführt, so ein bisschen euphemistisch. Aber wenn Sie sich einmal die Situation vor Ort von den Gesundheitsämtern wirklich anschauen würden, dann ist das eben nicht, man kann auf Sachen flexibel reagieren, sondern es ist permanente Überarbeitung und Überlastung, weil Ihre Partei die Gesundheitsämter zusammengespart haben. Deswegen sollten Sie sich diese Bemerkungen sparen. Das führte auch zu einem erheblichen Flickenteppich in Hessen. Denn die einen Kommunen waren schon im eingeschränkten Regelbetrieb, während andere gegen den Willen des Kultusministers bereits in Wechselmodelle eingetreten sind, und das bei ähnlichen Inzidenzen. So ging das bis in den Winter. Selbst als dann die Inzidenzen wieder anstiegen, gab es keinerlei Ansagen vom Kultusministerium, bis dann die Schulschließung bzw. in Hessen die Aussetzung der Präsenzpflicht für die Klassen 1 bis 7 bundesweit zwischen den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin beschlossen wurde. Die Probleme, die damit einhergehen, haben wir Ihnen in letzter Zeit schon oft dargelegt. Die Eltern geraten von zwei Seiten unter Druck, einmal vom Arbeitgeber und von der anderen Seite von den Schulen. Die einen wollen, dass die Eltern arbeiten können und die Kinder in Täter und Schule betreut werden können. Die anderen wollen dafür sorgen, möglichst wenige Kinder in der Schule zu haben, wie das auch der Wille der Landesregierung ist. Dazwischen werden die Eltern aufgerieben. Dass die Landesregierung hier auch noch von einer Freiheit der Eltern fantasiert, ist schlichtweg eine absolute Unverschämtheit und entspricht in keiner Weise der Realität vieler hessischer Familien. Aber das aktuelle Modell mit der Aussetzung der Präsenzpflicht widerspricht auch Ihren eigenen im letzten Jahr gebetsmühlenartig vorgetragenen Positionen. Wie oft mussten wir uns anhören, die Schulen seien kein Pandemietreiber? Daran halten Sie bis heute auch fest. Aber wenn Schulen so sichere Orte sind, warum haben Sie dann die Präsenzpflicht ausgesetzt? Geben Sie doch einmal zu, dass Sie falsch schlagen und Ihre Behauptung, in Schulen verbreite sich das Virus kaum nicht richtig war. Einmal. Stattdessen verweisen Sie, Herr Lorz, darauf, dass jetzt Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten aushandeln, welche Regeln gelten, so als hätten Sie damit so gar nichts zu tun. Mich würde interessieren, mit welchen Forderungen gehen Sie denn in die Verhandlungen auf Bundesebene? Einfach nur auf die Bundesberatung zu verweisen, reicht einfach nicht aus. Stellen Sie doch einmal klar, gilt denn der Hessische Stufenplan aktuell noch? Im Ausschuss hat der Staatssekretär erklärt, die aktuelle Regelung in den Klassenstufen 1 bis 7, also die Aussetzung der Präsenzpflicht, sei eine Variante der Stufe 4, also der Schulschließung. Damit kann man sich doch wirklich auch selbst veräppeln. Also gelten jetzt verschiedene Stufen für verschiedene Jahrgänge, oder wo ist das eigentlich festgeschrieben? Das müssen Sie uns jetzt doch noch einmal erklären, oder ist das nicht eher doch der verzweifelte Versuch, die sich selbst widersprechenden Maßnahmen irgendwie unter einen Hut bringen zu wollen? Dieser Hickhack ist nicht nur komplett unübersichtlich, auch für Sie selbst scheinbar, er löst auch einen enormen Frust und einen Vertrauensverlust aus. Deswegen wundert es mich auch mittlerweile kaum noch, dass sobald das Kultusministerium wieder kurzfristig neue Maßnahmen ankündigt, sofort Dutzende E-Mails von Eltern, Lehrerverbänden, Schülervertretungen im Postfachlanden, die weder anständig eingebunden wurden noch genügend Unterstützung bei der Umsetzung der Regeln erhalten. Das Ganze geht jetzt auch genauso weiter. Ab dem 15.02. sollen hessenweit die Klassenstufen 1 bis 6 in den flächendeckenden Wechselunterricht gehen. Wechselunterricht, da kann man ja einmal gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Herr Lorz, dass Sie das Wechselmodell nach einem Jahr in Pandemie auch für sich entdeckt haben. Aus unserer Sicht, die das seit Monaten fordern, ist das ja einmal eine gute Nachricht. Nachdem Sie uns auch noch im Herbst alles Mögliche dafür an den Kopf geworfen haben, ist das ja echt eine gute Sache. Aber das hessische Kultusministerium wäre nicht das hessische Kultusministerium, wenn nicht auch gleich die schlechte Nachricht hinterherkäme. Ab März sollen die Klassen wieder in den vollen Präsenzunterricht, das heißt zwei Wochen Wechselunterricht. Wissen Sie eigentlich, mit welchem erheblichen Planungs- und Arbeitsaufwand das für die Schulen verbunden ist, ein gutes Wechselmodell zu finden, was vor Ort funktioniert, und das dann auch wirklich umzusetzen? Nach den zwei Wochen müssen dann die Schulen mit einem eingeschränkten Regelbetrieb schon wieder komplett umplanen. Es gibt Schulen, die das relativ einfach umsetzen können. Aber gerade an den Grundschulen wäre da Unterstützung durch das Kultusministerium geboten gewesen. Statt den Schulen zu helfen, gute Wechselmodelle umzusetzen, haben Sie immer versucht, die zu verhindern. Jetzt müssen Sie das für zwei Wochen umsetzen. Ich habe wirklich so langsam den Eindruck, Herr Lorz, dass Sie vollkommen losgelöst von jeglicher schulischer Realität agieren. Statt einer Maßnahmenlotterie braucht es Verlässlichkeit, soweit dies in einer Pandemie möglich ist. Zumindest an die sich selbst gegebenen Regeln sollten Sie sich halten. Ansonsten muss die Opposition Sie daran erinnern. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Prof. Lorz das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Debatte hat sich mittlerweile weitgehend von dem Gesetzentwurf gelöst, der eigentliche Gegenstand sein sollte. Ich will jetzt einmal der Versuchung widerstehen, darauf auch einzusteigen. Ich bin überzeugt, wir werden in diesem Haus noch viele Gelegenheiten haben, diese Debatten zu führen. Aber ich finde, das hat der Gesetzentwurf nicht verdient. Denn er ist in der Tat bemerkenswert. Das meine ich jetzt gar nicht einmal negativ. Was ist seine Grundidee? Er will einen Stufenplan für schulorganisatorische Konsequenzen aus der pandemischen Entwicklung festschreiben. Diese Grundidee kann ich nur unterstützen. Deswegen haben wir vor einem halben Jahr gemeinsam mit unserer Konzeptgruppe aus Schulpraktikerinnen und Schulpraktikern einen solchen Stufenplan entwickelt. Was noch viel schöner ist, der Gesetzentwurf der FDP übernimmt diesen Stufenplan. Wenn man sich § 3 des Gesetzentwurfs anschaut, entspricht die Beschreibung der Stufen eigentlich bis in den Wortlaut hinein genau den Definitionen, wie Sie sie auf Seite 2 und 3 unseres Leitfagens vom Spätsommer finden. Das gilt für den angepassten wie für den eingeschränkten Regelbetrieb, also sogar für die Definitionen, für das Wechselmodell wie für den Distanzunterricht. Ich kann nur wiederholen, was der Kollege Schwarz vorhin in der Debatte gesagt hat. Was kann sich eine Regierung eigentlich Schöneres wünschen, als wenn die Opposition ihr exekutives Verwaltungshandeln so gut findet, dass sie sogar fordert, das müsse zum Gesetz erhoben werden? Herzlichen Dank dafür, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Kula, Sie sehen also, ich sage es sehr wohl. Danke schön. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, wie Sie dazu kommen, dass wir diesen Stufenplan nicht anwenden würden. Nichts anderes machen wir, seit dieser Stufenplan im Spätzimmer existiert. Uns fehlt jetzt die Zeit, sich damit im Einzelnen auseinanderzusetzen. Aber ich empfehle Ihnen nur, lesen Sie den Stufenplan. Lesen Sie auch entsprechend unsere Verlautbarungen. Da muss man natürlich auch einmal ein bisschen auf die Einzelheiten achten. Dann werden Sie feststellen, wir sind da vollkommen auf der Linie. Der einzige Punkt, auf den wir keinen Einfluss haben, ist das. Was passiert infektiologisch? Was sind die gesundheitsfachlichen Notwendigkeiten? Das bestimmt letzten Endes, welche Instrumente aus diesem Stufenplan wir benutzen können. Ich als Kultusminister sage es immer wieder. Ich bräuchte am liebsten überhaupt keine Stufe. Ich hätte am liebsten die Stufe 0, nämlich wieder den vollen Normalbetrieb an unseren Schulen. Das wäre das Beste für unsere Schülerinnen und Schüler. Aber ich muss akzeptieren, dass das im Moment nicht geht. Dafür ist dieser Stufenplan da. Wir müssen uns im Moment noch nach dem richten, was die epidemiologische Lage und das Virus uns gestatten. Da liegt auch das Problem mit der Gesetzesform, die die FDP für ihren Entwurf gewählt hat. Sie bereitet uns in der Praxis Probleme, auch wenn wir in der Sache gar nicht auseinanderliegen. Das müssen wir sicherlich auch in der Anhörung vertieft thematisieren. Denn wenn es irgendetwas gibt, meine Damen und Herren, was uns die letzten elf Monate dieser Pandemie gelehrt haben, dann ist es doch ihre Dynamik und ihre mangelnde Vorhersehbarkeit. Deswegen sind wir doch auch gezwungen, die Reaktionen auf die pandemische Lage permanent neu zu justieren und anzupassen. Das ist auch kein hessisches Phänomen, sondern das ist etwas, das in ganz Deutschland permanent stattfindet. Ja, das setzt alle Beteiligten unter einen erheblichen Stress. Aber das denken wir uns nicht aus, meine Damen und Herren, sondern das sind die Zwänge, unter die uns im Moment noch immer das Virus setzt. Weil wir darauf so kurzfristig, so schnell und flexibel reagieren müssen, genau deswegen ist es auch ein Problem. Dafür ist ein parlamentarisches Gesetzgebungsverfahren nicht gemacht. Ich kann auch für diesen Stufenplan nicht ausschließen. So sehr ich von ihm überzeugt bin, so sehr er sich in den letzten Monaten auch bewährt hat, dass vielleicht die pandemische Lage auch dort zu Anpassungen zwingt, dann haben wir ein Problem, wenn wir dann erst wieder an das Gesetz drangehen müssten, um das zu ändern, um diesen Stufenplan modifizieren zu können. Dieses Problem ist im Übrigen nicht nur ein praktisches, sondern auch ein verfassungsrechtliches. Denn wenn sich die Pandemie auf gesetzgeberischem Wege nicht schnell und flexibel genug bekämpfen lässt, dann verstößt die Wahl der Gesetzesform auch gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz der funktionsadäquaten Handlungsform. Aber das ist dann etwas, da können dann Kollege Promny und ich uns im Ausschuss und in der Anhörung gerne noch vertieft darüber unterhalten. Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der FDP enthält aber noch ein weiteres Element, nämlich eben eine Verordnungsermächtigung zur Festlegung von Schwellenwerten als Grundlage der einzelnen Stufen. Damit kommt er auf eine Diskussion zurück, die wir in diesem Hause schon öfter geführt haben und die ich einfach mal wieder auf den Punkt bringen will. Macht ein Automatismus Sinn? Und ja, ich weiß, dass sich viele Menschen in dieser dynamischen unplanbaren Situation nach einem solchen Anhaltspunkt sehnen, weil er die Illusion nähert, diese Pandemie ließe sich eben doch in irgendeiner Form planen und steuern. Aber das macht es in der Sache nicht richtiger. Und wenn Sie gerade um heute nochmal in die Frankfurter Allgemeine Zeitung schauen, das ist jetzt reiner Zufall, wir haben einen schönen Artikel, ich glaube auf Seite 4 und haben eine wunderbar passende Überschrift dafür gefunden, Pläne suchen Planbarkeit. Und das ist genau unser Problem, was wir haben. Pläne können wir machen ohne Ende, haben wir auch ohne Ende der Schublade. Aber die Planbarkeit, das ist im Moment der Takt, den uns noch immer das Virus, den uns die Pandemie vorgibt und das ist die Schwierigkeit, das in Übereinstimmung zu bringen. Und bislang ist noch jedes andere Land, das sich an einer schematischen Festlegung versucht hat, gescheitert bzw. hat still und heimlich, dass Sie da einkassieren und davon Abstand nehmen müssen, weil es einfach nicht sinnvoll ist. Deswegen wollen wir erst gar nicht damit anfangen, meine Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN der Bevölkerungsteil ist, auf den Sie die Berechnung beispielsweise eines Inzidenzwerts beziehen, umso geringer wird die epidemiologische Aussagekraft. Deswegen funktioniert das nicht, einen fixen Schwellenwert nur auf das Infektionsgeschehen an Schulen zu konzentrieren. Deswegen brauchen wir diese Gesamtbetrachtung, die Sie übrigens selbst eingefordert haben. Ich zitiere Ihren Antrag gestern zur Regierungserklärung des Ministerpräsidenten, Bekämpfung der Corona-Pandemie in Hessen, Dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf, Maßnahmen und das Eskalationskonzept nicht pauschal an den Inzidenzwert zu knüpfen, sondern das Infektionsgeschehen nach konkreten Branchen und Lebensbereichen zu betrachten und entsprechend gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Ja, genau so ist es. Wenn Sie sich daran auch jetzt bei der Diskussion dieses Gesetzentwurfs halten würden, dann könnten wir uns die Debatte über die Schwellenwerte eigentlich sparen. Denn genau das tun wir. Deswegen, nein, wir brauchen keine Vorordnung über Schwellenwerte, sondern wir brauchen und wir haben ein Eskalationskonzept, das Orientierung gibt, das sich natürlich dafür an Kennziffern als Orientierungspunkte bedient. Das muss sein. Aber das eben den Gesundheitsbehörden vor Ort auch den Spielraum eröffnet, flexibel auf das konkrete Ausbruchsgeschehen vor Ort zu reagieren, jedenfalls ab dem Moment, wo wir von der deutschlandweiten Regelung, die wir im Moment getroffen haben, wieder runterkommen und die Sachen regional und branchenspezifisch regeln können. Herr Kollege Degen, diese Flexibilität vor Ort haben Sie sogar selbst eingefordert. Aber das ist doch ein Widerspruch in sich. Flexibilität vor Ort, Entscheidungsspülräume vor Ort und gleichzeitig feste Schwellenwerte, ab denen ein bestimmter Automatismus einsetzen soll. Sie verlangen im Prinzip von uns, wir sollen Ihnen den Pelz waschen, damit Sie sich hinterher beschweren können, dass Sie nass geworden sind. Das kann auch nicht funktionieren. Herr Prof. Lorz, ich weise Sie darauf hin, dass die vereinbarte Redezeit abgelaufen ist. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Dann will ich nur noch auf ein Problem abschließend hinweisen. Mit Verfassungsrecht bewege ich mich natürlich auf meinem Terrain. Das hat nichts mit dem Bestimmtheitsgrundsatz zu tun, lieber Herr Kollege Scholz. Aber wir haben ein Problem mit der Verhältnismäßigkeit. Wenn wir nämlich die Maßnahmen nicht mehr konkret überprüfen können und die Verhältnismäßigkeit in einer konkreten Abwägung gewährleisten können, dann wird die Sache zumindest kritisch. Dafür will ich abschließend den Kollegen Papier zitieren, den früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, der auch in einer der vielen Anhörungen, zu denen man einlädt, gesagt hat, der Inzidenzwert darf nicht zum Maß aller Dinge werden, sonst ist keine hinreichende Abwägung zwischen der wirklichen Gefahrenlage und der Notwendigkeit bestimmter Grundrechtseingriffe mehr möglich, und wir kommen zu undifferenzierten Beschränkungen, die nicht mehr zu rechtfertigen sind. Auch das ist eine spannende Fragestellung für die Anhörung. Ich freue mich darauf und bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, wir tun demnach jetzt nach erster Lesung den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, Tagesordnungspunkt 5, gemeinsam mit Tagesordnungspunkt 88 dem Dringlichen Antrag der Fraktion der AfD in den KPA zur weiteren Beratung überweisen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.